Hör auf zu spielen. Die Muslime haben ein Ijma'ah, ein Konsens, alle muslimischen Gelehrten darüber, dass es verboten ist, sich Engel und Propheten und Rechtschaffende zu Vermittler zu nehmen. Willst du dir einen Toten zum Vermittler nehmen? Höre, was dein Liebling Scheich, Scheichul Islam, Rahimullah, sagte in Majmur Al-Fatawah. Er sagt, derjenige, der sich die Engel und die Propheten als Vermittler nimmt, er bittet sie und verlässt sich auf sie und er fragt sie nach, dass sie ihm das Gute bringen und von ihm das Schlechte abwehren. Und er bittet sie darum, dass sie ihm die Sünden vergeben und er bittet sie um Rechtleitung des Herzens und dass sie Sorgen von ihm nehmen. So ist er ein Kafir, ein Kafir mit Ijma'ah aller Muslime. Frage, ist das schlau, ein Toten zu bitten? Das ist ein Schwachkopf, der so etwas macht, wie die Gelehrten sagen. Warum? Wenn ich dir sage, geh zu einer Person, der eine Behinderung hat. Er ist behindert und ist nicht in der Lage, irgendetwas zu tragen. Er hat eine körperliche Behinderung. Würdest du ihn bitten, dass er deine Einkaufstüten trägt? Du wirst mir sagen, wie soll er die tragen? Er ist gar nicht in der Lage, weil er hat eine körperliche Behinderung. Wer einen Toten bittet, er ist noch schwachsinniger als einer, der so einen Behinderten darum bittet, dass er seine Tüten trägt. Warum? Weil ein Toter kann gar nichts machen. Du kannst für den Toten mehr machen, als er für dich. Und dann gehst du zu dem Toten, du kannst Dua für ihn machen. Du kannst für ihn Sadaqa geben. Du kannst für ihn die Hajj, die Umrah machen. Du kannst für ihn verschiedene Dinge machen, die auch bewiesen sind aus der Sunnah des Propheten. Und dann hast du nichts anderes zu tun, als ihn um irgendetwas zu bitten. Mohammed sallallahu alaihi wa sallam ist tot. In dem Moment, wo du ihn bittest, bittest du einen Toten. Du kannst eine x-villige Person bitten. Ob es jetzt Mohammed sallallahu alaihi wa sallam ist, ob es jetzt Abu Bakr, Omar, von den Tabi'in, von den Tabi'in. Ganz gleich, wen du bittest. Das ist gleich. Das Urteil ist gleich. Du hast einen Toten gebeten. Und Allah subhanahu wa ta'ala lässt das nicht zu. Und höre, was Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagt in Madarijis Salikin. Er sagt, zu den Arten und Sorten des Shirk gehört, dass man die Toten um verschiedene Sachen bittet, um seine Bedürfnisse. Und dass man sie darum bittet, dass sie einem helfen und sich ihnen zuwendet. Höre, was Ibn al-Qayyim sagt. Das ist genau der klare Shirk, der dieser Grundlage ist. Das ist der Shirk.